guten morgen hallo heute kommt ein kleines unboxing wollte ich eigentlich gestern schon machen aber gestern kam mir der motorrad teile markt dazwischen ich habe die packung noch zu aber ich weiß schon was drin ist mache ich mal kurz auf zeige es euch wird ein bisschen ein längeres video als das reine zeigen hier ist die schachtel ich warte schon ein paar tage drauf wieder was zum thema bundeswehr übrigens ausrüstung der alten bundeswehr verpackt das ist schon mal gut mehr wie gut verpackt habe ich hier verpackungsmaterial es geht hier um ein paar alte bundeswehr knobelbecher in meiner größe habe ich schon länger danach gesucht meine habe ich irgendwo keine ahnung wo ich die immer hingebracht habe ob die hin waren oder ob ich sie verkauft habe ich weiß es nicht mir einfach die waren am ende nach vier jahren und seine wollte unbedingt mal wieder haben ich werde jetzt mal hier ein bisschen aufarbeiten mache ich immer wenn ich was aus leder kauft es wird sofort gereinigt und versorgt das heißt geölt und gefettet das leder ist ja schon alt und je früher wenn man da was macht desto länger halten die teile zum stiefel noch ein bisschen mehr ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen pflege machen das heißt pflege die wenn jetzt erstmal mit leder und sattelseife wird das leder gewaschen um den alten schmutz zu entfernen das alte fett und staub und um die poren des leders zu öffnen benutze ich immer leder braucht feuchtigkeit jetzt mal sauber abgeseift hier allein das ist schon eine gute pflege wie gesagt zum stiefel erzähle ich noch ein bisschen mehr jetzt mache ich die erstmal beide seife die ein und lasse sie trocknen nach dem trocknen bekommen sie erst leder öl und dann leder fett wie bekannt habe ich ja schon oft gezeigt also ich muss jetzt arbeiten habe keine zeit bis nachher nächste pflege stufe ist leder öl das soll jetzt erstmal schön tief eindringen das trägt besser ein wie fett einmal durch ölen einziehen lassen und schön dick dass das leder wieder geschmeidig wird das ist mittlerweile ja schon 45 jahre alt wahrscheinlich ungefähr am schluss gibt es noch fett oder schwarze schuhwichse von der bundeswehr damit das leder wieder geschwärzt wird aber das langweilt euch bestimmt also schalte ich wieder ab jetzt gehen wir in die dritte pflegerunde als letztes kommt es noch ein gutes leder fett drauf dass ich das richtig nähern und vollsaugen kann das leder ich weiß nicht wann das stiefel das letzte mal gepflegt worden ist und dann ist es vorbei mit der pflege dann könnt ihr es einmal anschauen es riecht richtig gut das leder fett nicht mehr so wie das alte frosch fett nach tran es ist eher nach bienenwachs zum abschluss gibt es eine schöne dicke schicht drauf dann kann sich das die nächsten tage richtig vollsaugen das leder immer wieder richtig nähern die nähte habe ich auch gut behandelt richtig genähter stiefel jetzt wollen wir mal kurz über den knobelbecher den sogenannten knobelbecher sprechen früher auch marschstiefel genannt ein typisch deutscher soldatenstiefel der vom kaiserreich über den ersten weltkrieg reichswehr dann wehrmacht im zweiten weltkrieg und später in der frühen bundeswehr sagen wir bis anfang mitte der 70er jahre ausgegeben und verwendet wurde natürlich gab es noch spezialstiefel für bestimmte teileinheiten für falschem jäger gebirgstruppe die andere schuhe benötigten aber die normale infanterie oder das gro der bundeswehrsoldat wurde mit dem knobelbecher ausgerüstet bekannte geschichte er hat einmal eine hauptrolle gespielt dieser knobelbecher dieser marschstiefel und zwar in dem film im westen nichts neues von erich maria remark wenn nicht dem bekanntesten antikriegsfilm wo die jungen soldaten anfang des ersten weltkriegs ins felde gezogen sind und ein reicher sohn sich seine knobelbecher hand anfertigen hat lassen von einem schuster aus besonders guten und weichem leder und der ist dann als erster gefallen und die stiefel wurden dann von einem an den anderen weitervererbt und alle die den stiefel getragen haben sind letztendlich gestorben ich zeige euch jetzt mal das modell des bundeswehrknobelbechers des frühen modell sage ich mal so es gab nachher noch eine abänderung von der sohle ist also dieser stiefel ihr habt ihr schon gesehen welchen gepflegt habe es ist noch einer der eine richtige brandleder sohle hat später ist dann eine gummi sohle gekommen wie sie auf den springer stiefeln war und die wurden weiter verwendet als bordstiefel als sie schon als knobelbecher nicht mehr ausgeliefert wurden was noch als ein markantes merkmal war von den frühen bundeswehrknobelbechern das war dieser metallbeschlag an der stiefel spitze sollte wohl gegen abnutzung sein konnte man natürlich auch als waffe benutzen diesen stiefel der war noch extrem hart mit dem stiefel ein schlag aufs schienbein da machst du nichts mehr anders wie bei der moosgummisohle heute auch der absatz war aus leder der ist bisher leder unten bloß eine gummiauflage im gegensatz zum wehrmachtsknobelbecher der noch eine genagelte sohle hatte mit eisennägeln die die kälte besonders gut geleitet haben im winter hat der hier diese typische rippsohle dieses profil so einen stiefel wollte ich haben mit dieser aufgenähten dünnen gummisohle mit diesem profil es gibt da auch noch die modernere variante wie ich ja schon erzählt habe was noch besonders war bei den knobelbechern das waren diese stoffflaschen links und rechts die konnte man dann nehmen zum anziehen da konnte man am stiefel ziehen da konnte man anziehen war eine herausforderung die einzulatschen zum marschieren nicht unbedingt gut habe mir mal ganz ganz böse blasen gelaufen bei einem leistungsmarsch weil ich gemeint habe ich muss mit denen laufen aber im alltag habe ich sie geliebt im normalen dienstbetrieb man konnte sie schnell ein und ausziehen waren relativ bequem wenn sie eingelatscht waren was gibt es noch zu sagen ja mittlerweile relativ selten habe ich länger geschaut dass ich einen bekomme meiner wurde im dienst verschlissen habe ich wahrscheinlich mal weggeschmissen habe ihn nicht mehr gefunden habe ich mir mal wieder besorgt gesehen habt ihr wie ich sie gepflegt habe das leder ist jetzt wieder schön weich und geschmeidig ich werde es jetzt ein paar mal tragen müssen die sind ein wenig kilometer drauf die sind auch relativ in einem neuwertigen zustand so viel zum thema knobelbecher übrigens die nva hat auch ähnliche schuhe verwendet bis zum schluss also keine schnürstiefel die waren ja da eher ein bisschen uniformmäßig der wehrmacht angepasst im vergleich zur bundeswehr die ja mehr die amerikanische linie angezogen haben wobei die beiden stiefel sind sie am anfang beim knobelbecher geblieben so viel zum bundeswehrknobelbecher der frühen jahre ich hoffe es hat euch interessiert bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal was natürlich mit dem knobelbecher auch hervorragend ging einen befehl quittieren dann gehe ich das mit dem knobelbecher Untertitelung des ZDF, 2020